Ja hallo Lena, was machst du denn da? Hi Patrizia, ich schaue mir unsere 37 Grad Celsius App an. Ah cool, sag mal. Sag los, du kennst unsere App noch gar nicht. Ja doch, aber ich weiß nicht so genau, was man damit alles machen kann. Dann nimm dir doch einen kurzen Moment Zeit und dann zeige ich dir, was sich alles hinter der 37 Grad Celsius App verbirgt. Ja super, bin ich gespannt, danke. Dann los geht's. Unsere App ist in Kacheln aufgebaut und du solltest immer zuerst in die News reinschauen. Warum? Damit du immer up to date bist und genau weißt, was bei uns gerade los ist, was bei uns im Club passiert. Hier siehst du News zum Wochenende, Neuigkeiten aus deinem Fitnessclub, aber eben auch Veranstaltungen oder jetzt die neuen Präventionskurse. Also hier findest du wirklich alles, was uns gerade beschäftigt und was es Neues gibt und was wichtig ist für dich. Dann natürlich unser Kursplan. Hier siehst du Tag für Tag, welche Kurse angeboten werden. Und jetzt sagst du zum Beispiel, ah am Mittwoch, da möchte ich gerne den Videopodcast anschauen. Dann gehst du hier drauf und gehst dann hier runter und auf Livestream würdest du dann live dieses Video oder das Training mitmachen können. Als nächstes haben wir hier unsere Veranstaltungen. Hier siehst du jetzt das Group Fitness Special, findet am 6.12. statt und was sich dahinter verbirgt und du kannst dich sogar gleich anmelden und deinen Platz sichern. Dann unsere Terminbuchungen. Das ist auch ein sehr, sehr interessantes Tool, weil hierüber kannst du nämlich ein Probetraining buchen, EMS-Training, Personal Training, aber auch ein Beratungsgespräch, eine Bioimpedanzanalyse und so weiter. Das funktioniert eben alles über die App. So kommst du mit uns direkt in Kontakt. Dann unsere Leistungen, wenn du wissen möchtest, hey, was bietet denn 37 Grad Celsius alles so an? Also über unseren Club, EMS-Training, Power Slim, Personal Training, Firmenfitness, Outdoor-Sport, individuelle Ernährungsberatung und noch vieles mehr. Das kannst du hier alles in Ruhe nachlesen. Dann haben wir den Punkt Future. Da geht es darum, welche Entwicklungen, welche Pläne haben wir für euch, was steht alles an? Das siehst du immer hier. Das aktualizieren wir regelmäßig, damit ihr hier auch up-to-date seid. Und dann ein ganz, ganz interessanter Punkt ist At Home. Hier findest du eine Auswahl an Livestreams. Wenn du mal keine Zeit hattest, zu dieser Zeit den Kurs mitzutrainieren, dann hast du hier eine ganze Auswahl an Kursformaten, die du eben egal zu welcher Uhrzeit und egal an welchem Ort nachtrainieren kannst. Hier in der Rubrik Ernährung siehst du Rezepte, siehst du Videos, Broadcasts, alles, was hier sich um das Thema Ernährung dreht. Unsere Fit-in-Office-Reihe haben wir hier auch online gestellt, weil es gerade jetzt auch darum geht, ja, wie kann ich mich nicht nur zu Hause oder in meiner Freizeit fit halten, sondern gerade auch am Arbeitsplatz. Dann haben wir das Thema Motivation, was ganz, ganz wichtig ist, immer am Ball zu bleiben, nicht die Lust zu verlieren. Five in Five, das ist ein eigenes Kursformat von uns, das hat der Michi ins Leben gerufen. Ganz, ganz interessant, fünf Übungen, egal für die Beweglichkeit, mit 70 plus oder ein Warm-up. Da kommen auch noch neue Videos hinzu. Dann das Thema Regeneration, es ist natürlich immer unser Ziel, dich als Mitglied oder dich als Teilnehmer so zu trainieren, damit du über deine Ziele hinaus wächst. Und da spielt Regeneration eine ganz wichtige Rolle. Und dann hier noch das Thema Fitness, da sind wissenswerte Videos drinnen, Beweglichkeit, Koordination und so weiter. Und dieses Atom, das füllen wir tagtäglich mit neuem Inhalt, mit neuem Input. Dann haben wir noch das Thema Social Media. Wenn du möchtest, kannst du uns natürlich auch auf Instagram, auf YouTube oder auf Facebook folgen. Da freuen wir uns natürlich auch. Und du kannst uns auch empfehlen. Für jede Empfehlung, das heißt, wenn du unseren Club, unsere Mitgliedschaften, unsere App empfehlst und deine Bekanntschaft, dein Freund, je nachdem, dann eine Mitgliedschaft bei uns abschließt, dann erhältst du 44 Euro Bonus. Ja, ist eine tolle Geschichte. Sollte man sich nicht entgehen lassen. 44 Euro kann man bestimmt immer gut gebrauchen. Und zu guter Letzt noch über uns. Hier siehst du die Anfahrt, die Kontakte und die Öffnungszeiten. Ja, das war es dann auch schon. Und ja, was sagst du jetzt zu unserer App? Wie gefällt sie dir? Ja, cool. Das mit der App ist eine richtig tolle Sache. Das gefällt mir. Da kann ich ja nicht nur die Live-Streams mitverfolgen und die Kurse nachtrainieren, sondern ich habe ja da richtig viel Input noch an Wissen und Themen, die mich interessieren. Das ist richtig cool. Das muss mich gar nicht. Auf jeden Fall, da sehe ich dann immer, was bei euch so passiert und kann mich top informieren. Wenn ich jetzt die App bei mir aufs Handy haben möchte, wie mache ich das dann? Ja, das kommt jetzt darauf an, was du für ein Gerät hast. Hast du ein Apple-Gerät? Nee, kein Apple. Okay, dann gehst du in deinen Play Store. Ja. Suchst dann 37 Grad Celsius. Wichtig ist jetzt, wenn du die App zum Beispiel auch deinen Freunden empfehlen möchtest und die ein Apple-Gerät haben, dann ist es wichtig, dass die Fitness Rosenheim-Ausbieter eingehen. Ah, okay. Gut zu wissen. Genau. Okay, da habe ich sie schon. Das ist gleich die erste. Wunderbar. Okay, dann einmal auf Download. Auf Download, ja. Pax, läuft. Die App ist für jeden kostenlos. Also egal, ob du jetzt Mitglied bist oder kein Mitglied bist, immer frei verfügbar. Okay, also wieder kannst du runterladen, egal wo. Cool. Genau. Super. Ach, jetzt ist hier schon fertig, der Download. Okay, wunderbar. Jetzt mache ich die mal auf. Ja, habe ich schon alles drauf. Wunderbar. Cool. Jetzt habe ich 37 Grad immer mit mir dabei. Perfekt. Dankeschön. Das gleiche gilt natürlich auch für euch. Wenn ihr unsere App runterladet, habt ihr den Club immer in eurer Hosentasche. Ja, wunderbar. Viel Spaß damit. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.